Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind hier gerade in Lloret in Spanien und ich nehme mich heute einfach mal einen Tag mit durch den Tag, wie wir hier die Gegend erkunden. Okay, Leute, wir sind jetzt hier ein bisschen am Wasser entlang gegangen, sind hier gerade ein paar Felsen hochgeklettert und haben einfach den coolen Spot hier gefunden, direkt am Meer. Da vorne ist eine gute Burg, die ist eigentlich abgeschlossen, aber wir versuchen jetzt erstmal da reinzukommen. Von da sind wir gerade hochgegangen und hier oben ist einfach noch geilerer Aussicht. Da unten ist die Burg und guckt euch diese View an, einfach komplett Lloret und hier sind einfach irgendwelche solche fetten Ausgrabungen. Es ist auf jeden Fall nice hier oben. Okay, mittlerweile laufen hier gerade einen Berg hoch und die sind einfach richtig fette Treppen. Mal gucken, ob wir gleich von oben eine geile Aussicht haben. Okay, wir sind mittlerweile oben angekommen und es sieht ziemlich heftig aus, aber hier sind halt überall Häuser, deshalb hat man keine krasse View, aber es aussieht ziemlich verlassen aus. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal hier runter, um hier unten die View auf dieser coolen Terrasse abzuchecken. Okay, leider ein bisschen neblig heute, aber sieht schon geil aus. Kommt auf der Kamera leider nicht so geil rüber wie in echt, aber ein paar geile Cinematics wird es schon geben. Okay, wir sind jetzt noch ein bisschen weiter rumgelaufen und haben einfach mal hier oben auf dem Berg ein richtiges Los-Place gefunden. Dann sind wir erstmal ne gute Stunde im Berg wieder runtergelaufen in die Innenstadt Loretz und sind einfach ein bisschen durch die Gassen geschlendert, haben uns die alte Kirche angeguckt und ein Eis gegessen. Danach sind wir dann weiter zum Strand und erstmal noch um den Baden gegangen. Am Abend waren wir natürlich bei DJ Antoine Feier. Ja Leute, das war es schon wieder mit dem Lorette Vlog. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch eine positive Bewertung. Und ja, ich weiß, in letzter Zeit kamen nicht viele Videos, aber das wird sich jetzt wieder ändern. Ich habe wieder mehr Zeit und jetzt wird es wieder coolen Content geben. Ich habe auch vor, mal ein Q&A zu machen, weil ich so viele Fragen im Moment bekommen habe. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ballert sie alle in die Kommentare. Und damit sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Wir schauen euch also.